Ach, dann zurück zu einer neuen Folge von... Ich habe kein Licht. Ähm, nein. Warte mal, hier, da. Von Let's Play Fortnite. Höh. Okay. Ist das ein Röchel? Äh, wie dann hält eigentlich meine... Nein, 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 nein. Ich will mein Inventar und dann will ich hier mal sowas hier. Ein Schlupf... Schlupfpilz? Äh, ich glaube, die Erde kann ich mir sparen. Brauche ich nicht. Die Wolle brauche ich auch nicht. Ähm. Oh Gott. Da komme ich wieder raus, ne? Habe ich hier eine Karte? Nein, ich nicht. Ähm. Da ist das Granit. Ja, wegen mir. Das ist Marmor. Geht's da runter? Das sieht aus wie Marmor, aber mit was baue ich das ab? Äh, sag bloß, ich brauche dafür eine bessere Spitzhacke. Ja, Sklerte gibt's. Gar nichts. Null. Gar nichts. Sehr entspannt. Okay. Aber mit was kann ich mir die bessere Spitzhacke machen? Und das hier ist natürlich auch nur... Oh, Granit. Das ist... Ich dachte, ich brauche halt... Ich dachte, ich brauche halt... Naja, wahrscheinlich muss ich echt eine bessere Spitzhacke machen. Oh Mann. Ja, okay. Aber dann gehen wir raus. Das könnte nicht bald nachts sein. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Hebt mal auf. Ja. ja okay wir haben die erste hülle gefunden das ist schon mal hervorragend natürlich das schwierig ist ich brauche nicht viel holz nervt mich nicht durch die richtung tun wir die war eigentlich gar nicht so weit weg das heißt wir können ein bisschen mehr was haben wir denn so ein Zeug noch kürbissamen weizenkorn das will ich machen ich bin nicht drei feldern welche weizen oder welche weizen das heißt wir machen hier kann ich das nicht irgendwie ich möchte ihn gerne aufteilen hallo aufteilen aufteilen einer kommt hier rauf einer kommt da rauf einer kommt da rauf so jetzt gucken wir mal ob wir irgendwie aua hey so was jeder beide das hier ist eher so essen ja noch mehr gegrillte fleisch essen was ist eigentlich das hier man weiß es nicht ein schlürf schlürf oder schlürfpilz ein schlürfpilz okay dann kann ich essen oder was kann ich denn immer weiß ich nicht ja warte mal nein Tappi Witz Knochenwurzel starb aber wo kriege ich Knochenwurzel her achso natürlich ja da gab es ein paar Wurzeln die hätte ich abbauen sollen oder habe ich ich habe kein Knochenwurzel Holz nein habe ich nicht oh das ist ehrlich also morgen nochmal hin können auch ganz schön viel äh warte mal wir nehmen drei warte mal ja ich wollte diesen komischen äh was immer das ist hier in den Konditionsglücksbringern ach ich habe dafür haha das war ich mal ab mach was war das noch Marmor okay ja okay gut dann können wir das alles nochmal reinlagern so warte mal und jetzt wenn ich mit E drücke jo das geht ob ich noch was anderes da rein kann jo auch stapel schon wieder voll witz wie ich nimm die gleich nicht mehr mit äh äh war nochmal ein Schwert tatsächlich nochmal ein Schwert das heißt glaube fünf von diesen was war das Holzstäben der Knochenwurzel wow wir haben echt frischen und jetzt wie lange muss ich liegen bleiben bis der äh 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 ich will nicht mit den blöden Skeletten so blöd so wir nehmen die Zutate wir machen uns nochmal ein Schwertchen sonst geht noch eins machen äh 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 ich habe irgendwie ein Maiskolben oder ich nicht nö nö den eigentlich aufrüsten ne kann ich nicht ähm äh 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 im Besitz. Ja, ja. Eier könnte ich da auch mal verarbeiten. Brauche ich alle. So. Wir haben noch relativ viel Fleisch dabei. Wir haben jetzt zwei Schwerter Schaufeln, Spitzhacken, Gedöns. Ich muss gucken, dass ich hier irgendwie naja. Der Pupu mal da rein. Zum Essen. Ist auch sehr lecker. Aber was ist was so eine Schmachende? Ähm, da. Einmal. Den Schlürfpilz irgendwie auch. Wenn ich es einsammle, was dann? Warte mal. So, nee. Einer plus 14. Plus ein Weizen. Aber es gibt kein Dingens, ne? Ah ja. Es gibt keinen, keine Samen in dem Sinne. Okay. Jetzt wird es euch dabei. Ja, wir gehen jetzt noch mal zu der Höhle und gucken, ob wir diese Knochenwurzeln herbekommen. Wo waren die? Da hinten ist die. Das war's. Wir müssen gucken, dass wir an diese Wurzel rankommen. So, wie komm ich, komm ich da ... Ja ... Knochenwurzel ... Kommt der hierher? Ja ... Haha ... Haha ... Das war natürlich ungeschickt, dass wir das einfach nicht so gemacht haben. Aber hier ist auch noch eine. Weil mit der Knochenwurzel kann ich jetzt einen besseren Axt drauf und dann kann ich noch mal wiederkommen. Kommt der hier jetzt gerade auch alles mit. Ich hab jetzt 15 Knochenwurzel. Ist da noch mal was? Da ist noch mal was. Fast runtergefallen. So, damit gehen wir jetzt mal zurück. Dann machen wir uns mal eine gescheite Axt. Oder auch zwei. Und dann haben wir Marmor und dann können wir uns den ... äh, den, 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 den Talisman da irgendwie machen. Juhu. Pschum. 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 Gegl spat. Porz. Pschum. 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 P Aber ich meine, wenn es bisher mangelt, ist es nicht an Holz und Knochen. Ja, ich weiß, dass ein Upgrade verfügbar ist, ich habe aber nicht notwendige Materialien. Ähm, warte mal, wer haben noch jetzt, ne, Moment, Knochenwurzelstab. So, wie viel brauche ich denn davon? Also 10 mache ich mal, die machen mal 10 Stück, oder? Ähm, ja, okay, ja, dann machen wir erst mal 10 Stäbe. Das Umschalten ist echt ätzend. So. Mit Farbenbomben, ähm, 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 Lama, ne, nein, 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 nein. Ja, Nahrung Unterkünftung wäre er, äh, äh, äh. So, ja, dann diskräsen wir, ja, so, ja. Okay. So lange der das Zeug macht, schaufel ich mal kurz ein bisschen. Ist ja egal wo, nein. Schon ein bisschen langweilig. So, sind wir hier durch? Gleich. Ich brauche noch mal für das Zeug. Erde und Dünger. Ein Dünger ist das hier? Dumm und Dünger. Können wir zwei Stück, können wir machen? Gucken wir mal, ob die irgendwas im Pupwurm fallen lassen. Ja. Pupst, meine Schafe, pupst. Wieso geht das der, wieso geht der jetzt hier nicht mehr hin? Können wir das mal erklären? Achso, weil ich nicht mehr genug Erde habe. Okay. Das ist genehmigt. Ähm. So. Nehmen. Set ändern. So. Zehn Stück. Ich brauche eine größere Kiste, äh. Wieso? So. 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 Schlechte. So. So. Fleisch aufgesammelt. Hier. Mhm. Die nehmen wir uns schon mal und dann können wir uns hoffentlich mal die neue Axt machen. Spitz. Ja. Machen es gleich zwei. Kann ich diese Ollen verbinden? Kann ich jetzt hier wie an. Schmeißen wir die ganzen Dinge hier raus. So, jetzt haben wir nämlich ordentlich Zeug. Jetzt können wir einen nicht nochmal kurz in die Hülle gehen. Kurz. Und dann können wir jetzt nicht Granit holen. Und mit dem Granit können wir heute Nacht dann nämlich, oder heute Nacht, ähm, ja, Dinges machen. Hier, die, die in den anderen Glücksbringer noch. Der ist noch ein bisschen, gut, da gibt es mehr Ausdauer, ne? Aber nicht mehr Panzerung. Brauchen irgendwann, und vor allem können wir dann auch, äh, aufrüsten. Ha, 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 ha. Ähm, ja, hier. Na, soll ich's da werden dann lange vorher gemacht? Ach, Siedlung. Bin ich doch online? So, jetzt kann ich, na, kann ich mich hier die neue, tolle Spitzsacke nehmen. Ah, nein! Fleisch? Die Marmor! Aua! Aua! Wie kann ich hier nicht hopp's gehen? Da kommen die wieder nach. Den Marmor haben wir den jetzt gefangen. 14 Marmor. Ja, da kommen die wieder nach. Äh... Warte mal, wir essen mal da bloß was. Und dann packen wir uns... ...undere... ...drauf. Dann gehen wir nochmal rein. So geht's ja wohl nicht. So geht's ja wohl nicht. Ich... ...drauf Marmor. So... ... 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 So, ich glaube, das passt mal draußen. ... ... ... ... ... ... ... ... I don't know. Aber ich guck mal, dass ich hier wieder rauskomme. Und dann können wir schon mal ordentlich... Ja. Ja, lauf. Was ist denn da los? So, gleich sind wir wieder Homespeed home. Nee, was klappt denn? Naja. Hier kommt klar, oder? Hier kommt klar. Hier kommt klar. So, Dorfaufwertung. Was haben wir noch? 15... 15 Blanken. 19, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15. So. Hahahaha. Ja, jetzt kann ich nämlich... Langschwert. Das Knochen. Oh. Aber es ist... Er hat schon ein bisschen gehalten. Du hast Hunger. 42 Marmor. Drei Panzer und drei Seidenfäden. Ein paar... Gott. Oh, Hilfe. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe doch keinen Platz mehr. Können wir den noch rüberpacken. Auch noch essen. Der hat zehn Stück. Kisten. Kann ich Kisten eigentlich stapeln? Nein. Obwohl, vielleicht schon, aber... Du kannst im Moment nicht sehen. Äh... Da kommt noch eine Blanke. Fährten. Aufhören. Juhu. Juhu. Reizendes Bette. Ist ja nett. Ein gemütliches Regal. Ein reizendes Bett. Äh, wenn man hier... Oh, das kann ich... Alles mal nehmen. So, ich will jetzt ganz nur Spitzhacken. Die spawnen die hoffentlich mal irgendwann. So, ich wollte jetzt noch hier... Vor allem kann ich nicht... Ach, doch links. Ich will nehmen. Ein... Ja, danke. Und Seidenfahnen... Stapeln nehmen. Oder es war doch Seidenfahnen, ne? Das ist der... Der hier. Ah, ja, genau. Herstellen. So, und wenn ich jetzt zurück... Und wenn ich da gehe... Müsste ich den hier... Tada! Fügt Konjunktion und Verteidigung hinzu. Gewöhnlich, ungewöhnlich. Sehr schön. Ähm... Ja. Okay. Das wäre jetzt auch lang so wieder hell. Jetzt, äh, äh, puh. Äh, ja. Kann ich mir noch irgendwas Neues bauen? Das Langschwert aus... Noch ein weiterer Knorrenwurzelstab. Und dann könnte ich mir... Ändern. Okay. Ich will jetzt langschwert bauen. Nehmen. Ein langes Schwert. Ja. Essen zu sehr, bekommen ich auch Hunger. Ja, dann mach dir was. Hier sind überall... Hier wachsen überall Imbioren. Weizen. Weher. Der noch? Ich betrachte mich als Hundemenschen, aber den Wölfen scheint es egal zu sein. Aber du bist so... Karten... Gibt mir einen Kater. Hä? Dünger. Na gut, dann nehme ich mal Dünger. Danke, danke, danke. So, ja. Ich glaube, ich brauche nochmal so ein Ding hier und mache ihn nur als Lager. Kann ich eigentlich neue Geräte bauen? Ah, Knochenwurz. Okay. Ja. Nummer vier. Hm, ich habe nur noch vier. Hm, hm. Hm. Hätte ich gehofft, dass es irgendwann... Oh, der ist irgendwie... Äh, mal... Auch nicht. Hä? Ich habe eh gedrückt, aber er nimmt es nicht rüber. Dass ich irgendwann mal... Das macht er auch nicht. Hä? Okay. Das macht er nur, wenn er nur ins Leer ist. Aber er nimmt es nicht auf den entsprechenden Stapel. Das wäre ja cool, wenn er das gleich einsortieren würde. D? Okay. Wer hat er das gemacht? Er liegt es auf dem Freis. Ähm. Ne, 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 ne. Hm. Hä? So, kann ich noch... Ich bin jetzt ein bisschen besser gerüstet, ne? Brauche ich einen Walddachs? Ich habe Hunger. Ja, da habe ich auch Hunger. Äh, ein, 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 zack. Hm. Habe ich das Fleisch eigentlich jetzt schon hier? Nein. Gleich für Braten. Ich meine, ich kann natürlich noch ein bisschen tiefer in diesem hier reingehen. Ähm. Ähm. Jetzt halt. Ja, komm, der Tag hat ja angefangen, oder? Ja. Ja. Ich meine, diese Höhlen sind im Moment jetzt das einzigste, wo wir... ...wieder ein bisschen neues Zeug herbekommen. Es wäre jetzt mal interessant, wie lange das zum Respawn braucht. Vor allem, was dieses Lagerfeuer unten ist. Komm hier rein. Wenn ich mich in dem Fall nicht verlaufe. Uh, 35 Minuten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.